Hallo und herzlich willkommen zurück zu die GD3 mit meiner bereits fünften Folge und der 91. Folge. Ich muss mal kurz noch woanders runterscrollen. Heute in der Vorproduktion am 8.04. bereits nach 19 Uhr und um 20 Uhr beginnt mein No Place Like Home Stream. Von daher, entgegengesetzt zu dem, was ich in der gestrigen Folge gesagt habe, plane ich diese Folge jetzt doch nur auf eine halbe Stunde. Sonst kriege ich das zeitlich nicht mehr hin. Samstag habe ich keine Zeit zum Aufnehmen, da helfe ich meinen Großeltern beim Umzug, weil sie endlich behindertes, äh nicht behindertes Wohnen. Betreutes Wohnen für Behinderter. Oh Gott, ich bin so blöd. Gut, ähm, ja, bevor es aber losgeht mit der Folge, möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei Maurice Großer. Der Maurice Großer hat nämlich am 16.06.2021 ein öffentlich sichtbares Abo auf YouTube hinterlassen. Herzlichen Dank dafür, du warst Herz Nr. 518. Maurice verschwendet jetzt aber wieder und wie ihr vielleicht erkennen könnt, das geschulte Auge, ähm, das Bild sieht jetzt ein bisschen schärfer aus, ne? So ein kleines bisschen. Äh, ja, der Digga, der Mann hat sich zwei 4K-Monitore geleistet. Ähm, von den Einnahmen von YouTube und von Twitch. Denn es war höchste Eisenbahn, dass ich mal ein bisschen aufrüste hier sozusagen. Und deswegen hatte ich das alles auch ein bisschen länger gedauert. Alles richtig einrichten, G-Sync aktivieren und, äh, richtig optimieren und so weiter und so fort. Und dann habe ich noch eine Testaufnahme gemacht, habe die hochgeladen bei YouTube, nur um zu gucken. Wenn ich mit 4K aufnehme und dann auf 4K-Ränder landet es dann auf YouTube auch in dem Codec, der für euch sogar noch besser aussieht bei schnellen Bewegungen und so weiter und so fort. Und deswegen ist jetzt hier alles schon nach 19 Uhr und ich nehme jetzt endlich noch schnell eure Sonntagsfolge auf. Äh, ja, warum rumst du mich raus, weiß ich selber nicht. Wir sind hier an einer unserer Schreibstuben. Genau. Oh, da habe ich ja in der letzten Folge gesagt, ja, wollen wir mal ein bisschen aufrüsten. Erstmal wieder Play machen. Musik ist irgendwo im Hintergrund, sie müsste gleich wieder lauter werden. Naja, laut ist anders. Ich weiß nicht, warum jetzt auf einmal die Musik so viel leiser ist. Vielleicht, weil ich noch pausiert habe fast? Keine Ahnung. Ich habe nichts weiter am Sound umgestellt. Ah ja, okay. Also, sobald man verlangsamt, wird die Musik auch leiser. Okay, gut zu wissen. Also, ich hatte ja eigentlich vor, erst noch die Fuhrknechte, unter anderem auch Harley, noch ein bisschen mit Sachen auszurüsten, die das falschen Bonus-Gedönse verbessern. Aber das mache ich jetzt noch anders. Ich werde jetzt einfach mal instant das Gebäude aufwerten hier. Das ist das Erste. Und das Zweite auch. Moment, wo sind wir? Hier ist schon die Klugheit. Okay, gehen wir hier rüber. Aufwerten. Ich habe gerade gesehen, bei diesem schnellen Sprung, ich habe noch nicht ganz alles optimiert bekommen. Aber gut, da müssen wir jetzt durchaus los, wenn wir ein Frosch werden wollen. Das passiert dann jetzt noch mit der Zeit. Also, spätestens bei den nächsten sieben Folgen kriege ich das vielleicht sogar noch hin, dass dieses leichte Verschwimmen, also dieses grisselige, sage ich jetzt mal, die erste halbe Sekunde, nachdem ich gesprungen bin mit der Kamera, dass es auch noch weg geht dann hoffentlich. Schauen wir mal. So, dann wollte ich vorher eigentlich die ganzen Nachrichten löschen. Parcheter mag mich nicht. Ja, tut mir leid. Kann ich nicht einfach ein Rechtsklick hier drauf machen und alle verschwinden? Ne, na gut. Schade. Steuerung auch nicht. Umschalt auch nicht. Okay, na gut. Hier wird. Der dauert jetzt wieder ein Weilchen, ne? Naja. Man sieht nicht mehr den Fortschrittsbalken, wie lange es dann noch dauern wird. Wann war hier die Amtswahl zum Zeugmeister? Da hatte ich mich doch drauf beworben, ne? Ne, Moment. Ach, Quatsch! Robin ist doch gestorben. Stimmt, Robin ist doch gestorben. Wir sind doch jetzt der Harley. 1451 ist hier erst wieder machbar. OHA. Äh. Abstimmungsergebnisse? Was? Wie? Wer? Wo? Moment. Illegal ist Vandalismus. Pamphlet schreiben ist illegal. Okay. Einbruch illegal. Stinkbombe illegal. Was ist hier? Panier beeinflussen der öffentlichen Meinung. Minus 31. Und das steht in grün da. What? Okay. Wer hat denn das beantragt? Wer konnte das nochmal? Öffentliche Meinung beeinflussen war hier drüben. Mist, ich hätte Stadtdiener sein müssen. Liedmann. Liedmann selber hat keine Fäde mit Panier. Hat gar keine Fäde mit niemandem. Meine Meinung von Liedmann ist unter aller Sau. Die von Meier ebenso. Die anderen sind so nah, ja? Okay. Es wird echt Zeit, dass wir mal die... Ich hab die Zeit nicht laufen lassen. Sorry. Entschuldigung. Dass wir die, 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 die Vetternwirtschaft hier reinbekommen. Und die gibt's erst mit Edelmann. Ha! Mist. Das schaff ich auch nicht mehr in dieser Folge. Definitiv nicht mehr. Also. Gut. Vielleicht gerade so vom Gold her. Aber nicht mehr von den Einflusspunkten her. Glaube ich nicht. Na gut. Ich wollte eigentlich gucken. Bewerbungszeiträume. 36. War's gewesen. Mist. Verpasst. Ne. Nur das... Bitte schließen. Danke. 39. Ist jetzt so. Um 15 Uhr können wir die Bewerbung schreiben. Okay. Ja. Da haben wir dann auch wieder Bewerbungsgebühren dabei. Die auch nicht gerade wenig kosten. Das heißt. Ich komm nicht auf die 1000 Einfluss. Das heißt. Ich müsste vorher theoretisch 30.000 Gold mindestens haben. Wenn nicht sogar noch mehr. Einflusspunkte kaufen. Erfolgreich natürlich. Nicht, dass das wieder schief geht. Und nicht dann mächtig Meinung verliere in dem jeweiligen Stadtviertel. Und dann erst hätte ich noch die Möglichkeit die Vetternwirtschaft zu machen. Die mich wiederum auch bei der Bewerbung Einflusspunkte kostet. Und Steuereintreiber würde ich mich jetzt ungern bewerben wollen. Weil da ist mein Verbündeter schon drauf. Und es dauert auch wieder eine weitere Runde. Marktfugt. Oh. Marktfugt kann ich auch machen. Der kostet mich ja diese satten 250 Punkte. Und ich weiß bis heute nicht warum das mehr kostet. Obwohl es die gleiche Kammer ist. Außerdem sehe ich, dass sich Stuart Meyer darauf bewirbt. Hm. Hm. Ansehen 4. Ansehen 18. Minus 18. Kamera. Wo kommst du denn her? Ein Gebäude wurde aufgewertet. Yippie. Was ist hier los? Was? Wie wäre wo? Ein Gebäude wurde aufgewertet. Yippie 2.0. Ich bin Richter geworden. Angeklagter ist mein Verbündeter. Ankläger ebenfalls Verbündeter. Also machen wir da in dem Fall die allgemeine Stadtmeinung. Das geht nicht anders. Sonst würde ich es mir mit einem der beiden zu sehr verscherzen. Oder mit der Stadt verscherzen. Okay. Gebäude aufgewertet. Jetzt gucken wir doch mal. Wir können ja jetzt neue Sachen herstehen. 1.50 Uhr Produktionszeit. 1.40 Uhr Produktionszeit. Und was hatten wir noch? Das hier. Halbe Stunde Produktionszeit. Pass mal auf. Ich muss jetzt doch nochmal... Ach, Michali hat die ganze Zeit nichts zu tun gehabt. Weil ich seine... Ah, Mist. Mist. Okay. Na gut. Nimm mal diese Produktionen hier raus. Ich hätte sehr gerne... ...auf jeden Fall die Füllfederhalter. Wieder 10 Stück. So. Und fürstliche Rippetsche kostet mich Pergamentfarbe und Füllfederhalter. Hast du hier auch 10 Stück. Ne, da machst du hier sogar... ...von denen. 20. So. Genau. Was wiederum bedeutet, dass ich jetzt doch mal ausnahmsweise die Lagermenge anpassen muss. Und zwar für die Füllfederhalter. Dass ich hier sage, maximal 20 dürfen gelagert werden. Mindestens 10 sollen es sein. Mindestbestand, Maximalbestand. Gut. Verkaufen darf er zwischen 10 und 20 und drüber hinaus. Einkaufen nicht. Genau. Gut. Das ist das eine Ding. Das andere Ding soll ebenfalls Füllfederhalter herstellen und die Gemälde. Auch wenn wir die Füllfederhalter nicht für die Gemälde brauchen. Aber es ist dann halt wieder ein anderes Produkt, damit ich den Markt nicht übersättige und der Preis nicht weiter in den Keller sinkt. Wie wir hier sehen können, es gibt eine gewisse Anzahl auf dem Markt jeweils. Das wird alles wahrscheinlich, denke ich mal, von außen hier rein importiert werden. Ja. Aber was ich schon mal schön finde, dass die Produktion deutlich schneller geht als zum Beispiel hier dieses Buch. Oder genauso lange dauert wie die Gedichte. Ja. Und wir können die meisten Sachen selbst herstellen. Ja. Alle klar. Das läuft. Du musst... Bitte mit deiner Arbeitwerter... Was ist denn los? Bist du beschäftigt? Bequackelt dich wieder jemand? Ja. Darleen Liedmann. Die Amtsträger denken, sie sind schlauer als ihr. Ihnen fehlt der nötige Anstand. Meine Familie würde das niemals tolerieren. Ich höre. Ach so, sie macht öffentliche Arbeit hier. Öffentlichkeitsarbeit. Was? Wer? Wo? Ich wollte... Ich hab's vergessen. Wer war das? Timothy Liedmann. Ich wollte... Hat unseren Stadtprediger beleidigt. Und kommt auch gleich mit einer Schergen hier um die Ecke geritten. Sag mal, hier ist noch... Huch, falsche Taste gedrückt. Na gut. Das muss ich jetzt erstmal so durchgehen lassen. Denn wir haben keine Fede. Und ich will die Fede auch nicht gleich wieder riskieren. Gut, sie haben nicht noch versucht zu töten. Hätten sie das versucht, hätte ich einen Klick erklärt. Weil das ist eine offene Kriegserklärung, wenn man meine Arbeiter versucht zu töten. Ähm... Altes Wissen in neuen Lettern. Müssen wir da jetzt natürlich auch nochmal umstellen. Und zwar sagen wir hier auch 20 Füllfederhalter. 20. 20. 20. Danke. Und 10 Gemälde. Oh Mist, hab ich jetzt eigentlich bei den DP'schen 10 eingestellt. Die fürstlichen DP'schen... Ja, gut. Ha! Glück gehabt. Okay. Gut, Harley hat wieder zu tun. Wir gucken mal, was er denn Schönes tut. Er geht natürlich einkaufen. Okay. Ich beschleunige den Bums ein kleines bisschen. Oh, das ist so... Alles so ungewohnt. Gerade für mich von der Steuerung her. Wie weit ich die Maus rudern muss und so. Oh, jetzt hab ich sie mal ein bisschen höher gestellt von der DPI. So, da rennt er los. Was macht er? Er geht noch die restlichen Bücher verkaufen. Und holt die Nadeln und die Kiefernholzbretter. Die er natürlich benötigt für die... Für Federhalter. So. Er hat immer noch zwei Talentbücher hier zum Mitnehmen. Okay, da waren die noch in der Produktion. Die Produktion wird jetzt schrittweise umgestellt natürlich. Und da holt er jetzt noch Federmausblut und Weingeist. Alles klar. Weingeist brauchten wir nochmal wofür? Da muss ich jetzt nochmal nachschauen. Achso, klar. Für die Farbe. Okay. Ja, rotes Ausrufezeichen. Ich seh es doch. Achso, apropos. Nicht nur Richter. Wir können uns jetzt auch bewerben. Ah, wieder meine Verbündeten gegeneinander hier. Das ist nicht so schön. Euer Ansehen ist gewachsen. Brühe mich noch einmal an, Freundchen. Und ich brühe zurück. Dieser Typ, ne? Der richt mich auf. Äh? Zollmeister geht und Marktfugt... Ach ja, Marktfugt war ja erst am Abend. Hat sich jemand auf Zollmeister beworben? Nein. Amtsstufe 4 und Patricia erforderlich. Hier auch. Keine Ahnung, was Amtsstufe 4 bedeutet. Ich weiß es nicht. Weil bisher hat... Ich konnte mich ja immer dann von der unteren Ebene in die mittlere hoch bewerben. Ging immer. Will ich noch bis 19 Uhr warten. 19 Uhr 14. Okay. 19 Uhr 14. Ja, ich will warten und versuchen, Maya, einen Strich durch die Rechnung zu machen. Oh, minus 13 nur noch. Sehr schön. Hier ist aber gesunken. Wo kommst du her? Du kommst aus dem südlichen Viertel. Ja, da haben wir nicht so ein hohes Ansehen. Definitiv nicht. Was ich aber bemerkt habe, dass wir immer beliebter werden wieder mittlerweile. Tower of London. Brixton ist wieder sehr hoch gegangen. Maidstone ebenfalls. Wir erholen uns so langsam aber sicher von diesem Ansehensschock. Ansehen ist gewachsen. Oder wie? Verhandlung wurde angesetzt. Was? Moment. Moment. Hier ist freundschaftlich geworden in Maidstone. Sehr schön. Maya ist neutral, weil gewachsen ist. Vorher waren wir feindlich. Maya? Minus. Okay. Könnte man sich tatsächlich überlegen, auch erstmal da den Frieden zu erklären, damit man sich danach erstmal um Sayer kümmern kann. Wie seid ihr denn aufgestellt? Ihr seid egoistisch. Hier seid ihr neutral. Hier seid ihr neutral. Ja, das Töten ist halt wiederum listig, egoistisch und aggressiv. Das mögen halt andere, die ebenfalls listig, egoistisch und aggressiv sind, auf jeden Fall. Okay, Gerichtsverhandlung beginnt. Hört. 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 Ui! Ui! Stuart Mayer hat für Kerkerhaft gestimmt. Gregory Jarman ist ein NSC, hat für Bußgeld gestimmt. Und Urteilsfindung war daher ein wirklich, wirklich teures Bußgeld, weil sie Lähmungsgift verwendet hat. Okay. Hier bin ich auch nochmal Richter. Angeklagter ist mein Stadtprediger als Angeklagter, weil er Liedmann angegriffen hat nach der Beleidigung. Ja, die Beleidigung selbst ist keine Straftat, jemanden anzugreifen, aber schon. Wenn man jemanden angreift, weil man beleidigt wurde. Dann gibt es natürlich hier auch was, ne? Ich sag Freispruch, ja. Ist ja meiner. Und mit Harley wird... Was stimmt denn hier nicht? Ach nee, Quatsch! Hier, das ist der Angeklagte und Harley ist der Richter, alles klar. Ich sag Freispruch. Was ist hier los? Eine Verhandlung wurde angesetzt. Achso, das ist dasselbe Ding, okay. Gut, zum Glück bin ich... Aha. Ja, da in dem Fall kriege ich die Info, wenn jemand von uns verklagt wird. Warum blinkst du hier immer noch? Nicht mehr, okay. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Zeit wieder laufen lassen. Entschuldigung, bitte. Verfluchte Axt sieht tatsächlich so aus, als wir es doch riskieren könnten. Obwohl, naja, die Zeit ist gleich vorbei. Wir haben da schon wieder In-Game-Feierabend. Ne, ich schaff's nicht mehr jetzt noch auf Edelmann zu kommen. Tut mir leid, da werdet ihr wahrscheinlich auf die nächsten sieben Folgen warten müssen. Vorausgesetzt es kommt bis dahin kein Update vom Spiel, was uns dann wiederum dazu zwingt, einen Neuanfang zu machen. Na gut. Alfred, warum hast du nichts zu tun? Mach was! Tue Dinge! Wer noch? Harley? Harley hat schon wieder alles geholt? Tatsache. Sie stellen jetzt einfach die Füllfehlerheit daher. Ich beschleunige mal den ganzen Bums. 19.14 Uhr muss ich mir unbedingt im Auge behalten. Ja, sie haben wieder alles da, was sie benötigen. Wunderbar. Was willst du mir? Ja, stellen wir alles hierher, was dafür benötigt wird. Geil, Omad. Jetzt geht er los und holt wieder Sachen, die wir für die Füllfehlerheit brauchen, wa? Ja, genau. Also, bitte, wie geil ist dieser Betrieb? Du brauchst nur einen Fuhrknecht hier in dieser Stadt an diesen Positionen. Den musst du noch nicht mal mit dem Pferd ausstatten. Was ich ihm aber geben möchte, wäre auf jeden Fall das Gewand der Freibürger. Weil das einfach mal einen viel, viel besseren Falschen-Bonus erwirbt. Dann noch diese Geldsäckel und so weiter und so fort. Und dann tut es auch nicht so weh, wenn mal so ein Fuhrknecht stirbt, wenn du halt nur einen hast, sag ich jetzt mal. Dem du dann wieder die Sachen neu geben musst. Das ist noch so ein Kritikpunkt, den ich nicht so schön finde, ehrlich gesagt. Dass dann halt auch von unseren Familienmitgliedern sämtliches Inventar verloren geht, wenn sie sterben. Das ist ein bisschen unschön noch. Nach meinem Geschmack, aber okay. Was habe ich vergessen die ganze Zeit? Also erstens, Charles. So. Zweitens, ich weiß jetzt wieder, warum Alfred nichts zu tun hatte. Der sollte sich eigentlich nur in Liebschaft kümmern. Eigentlich. Gehen wir nach Hause. Der Landesheer ist fort. Lang lebe der Landesheer. Oh. Schon wieder? Wir hatten es doch schon zeitlich einen, habe ich gar nicht mitbekommen. Ähm, warum kann ich mich gerade nicht bewerben? Nein. Ich blindfisch. Ich blindfisch. Meier ist jetzt Marktvogt. Ah. Ne, dann unbedingt auf Zollmeister bewerben. Liedmann, tut mir leid, musste weichen. Ja. Ja, tschüss. Alles klar. Ja. Ja, 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 ich weiß. So. Ah. Mist. Okay. Ja, ich habe noch leicht so ein, so ein leichtes Schlieren an den Bäumen, wenn ich mit der Kamera hier lang fahre. Was war das jetzt mit der Kamera, bitte? Ist hier einfach gesprungen? Sieht ein bisschen verschwommen aus mit den Bäumen, ne? Da muss ich noch ein bisschen was am Monitor einstellen, glaube ich, oder in den Grafikkarteneinstellungen. Aber das mache ich nicht jetzt. Klang schmerzhaft. Total vergessen, den Alfred zu verheiraten und gleichzeitig ist sein Bruder auch schon erwachsen geworden, dass er den auch noch verheiraten muss. Ach, du Heilige. Wir brauchen ja unbedingt die nächste Generation. So. Beim Erben hatte ich ja gesagt, eigentlich immer zwei Kinder, ne? Ich bin hier gerade unmöglich, ja. Du nach Hause. Du nach Hause. Du, schon junge 17, bekommst jetzt, äh, Blumenstrauß, Waschlappen. Los. Da, genau. Danke. Da, 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 jetzt schließ doch. Wenn ich auf schließen drücke, meine ich auch schließen. Danke. Ja, natürlich schließen wir auch gleich wieder alles. Einmal waschen, bitte. Waschen geht ja schnell. So, wieder der nächste Vorteil. Einfach, wenn du Dynastienmitglieder in die Betriebe steckst. Wir sehen es gleich bestimmt noch. Nach Feierabend, nach 22 Uhr, wird unser Geld wachsen. Aufgrund dessen, dass sie die Nacht über durcharbeiten. Bürgerin Level 7, komm, die nehmen wir. Oh, warte, wer? Meier? Öffentlich? Oh, oh. Es ist ein hübsches Gewand, das ihr tragt. Ihr wisst euch zu klein. Ähm, Moment, es wird mal ganz kurz hier so, äh, muss mal kurz rausgehen. Meier hat trotz Fede gelobt, also werde ich jetzt hinter der Fede ein Plus eintragen. Jetzt muss ich mir eine neue Hausregel ausdenken. Ich sag's mal so, wenn das jetzt öfter passiert, mehrmals hintereinander, dass die positive Aktionen gegen mich machen, also, für mich positiv, so rum, dann könnte man sich überlegen, die Fede sogar zu beenden. Wenn es aber so ein Hin und Her gibt, also mal loben, dann wieder beleidigen, dann sag ich, nö, geht weiter die Fede. Und wenn es nur noch Beleidigungen gibt und Ansehensverlust, dann versuche ich sie zu töten. Ja, genau. Ich glaube, das ist ein Deal. Äh, halt, jetzt müsst ihr gucken, Robin. Ähm, der Alfred. Klugheit und Charisma jeweils auf vier. Die Katharina. Katharina. Charisma sehr gering, weil Knochenarm reif. Okay, dann gehe ich auf Charisma. Eindeutig. So. Ihr seid der einzige Ziel in dieser Welt voller Übel und Hässlichkeit. Man könnte auch die Zeit auch normal laufen lassen, Robin, dann geht es vielleicht ein bisschen schneller. Also, für eine Bürgerin trägt sie aber echt schwache Sachen. Oh, übertrieben falsch. Ich glaube, die will nicht. Oh. Was? Wie? Wo? Was? Was? Moment, halt. Moment, Freundchen. Warte mal. Was? Charles und Alfred mit Hilda und Dominika verheiraten. Charles soll rausgeheiratet werden. Dominika wird bei uns reingeheiratet. Eigentlich ein ganz faires Ding, muss ich ja mal gestehen. Wir verlieren zwar einen Sohn, bekommen aber eine Tochter. Also, was heißt eine Tochter? Wir bekommen halt eine Dame dazu. Ich könnte jetzt ablehnen, dann ist er aber beleidigt, ne? Charles geht raus mit 15. Na gut, der ist ein bisschen talentierter, ne? Ein bisschen. Halt jetzt aber nichts Wertvolles bei sich. Ist logischerweise auch noch nicht verheiratet. Das ist nämlich der hier, der junge Mann. Ist der zweite in der Erbfolge, theoretisch. Achso, apropos Erbfolge. Ähm. Kann ich das verschieben? Ne. Ich komm grad hier nicht dran, wa? Ich glaub, sie macht das, oder? Ne, macht sie nicht. Okay. Ähm. Wenn ich das ablehne, werden die ein bisschen beleidigt. Könnte ich ertragen. Wir sind bei 79 plus. Kann aber auch passieren, dass sie dann die Allianz brechen, weil sie sagen, naja, jetzt sind wir nicht immer so Best Friends. Wir sind dann jetzt eher so neutral. Was heißt diese vier hier eigentlich? Achso, unsere Stufe, okay. Ähm. Wenn ich's ablehne, hab ich den Vorteil, dass Charles und Alfred jeweils eine Frau bekommen. Wodurch wir wiederum dann zwei neue Leute im Haus arbeiten lassen können für Einflussgenerierung und blabibloob und in der Dynastie arbeiten und so weiter und so fort. Aber wenn ich annehme und die Familie hier wird vernichtet, habe ich eventuell sogar das Glück, was zu erben. Ich weiß bloß noch nicht, wie das funktioniert, dieses Erbgeschäft hier. Ich hab's noch nie herausgefunden so richtig. Ich sag jetzt einfach annehmen. Es sind Freunde. Damit hat sich die Geschichte für Alfred auch erledigt. Sie soll bitte ihr zweites Kind versuchen zu zeugen und Alfred könnte arbeiten gehen. Ich bin aber tatsächlich im Überlegen, ob ich die Büchereien mittlerweile eine Bücherei mindestens... Nee, ich kann mit alle Büchereien. Ich kann eigentlich alle Büchereien gerade betreiben mit Dynastie-Mitgliedern. Komplett. Ein Betrieb, zweiter Betrieb und die sollen im Haus arbeiten und die Kinder ebenfalls. Ja. Ja. Gut. Jetzt nicht bitte sicher. Ihr geht aber erst mal nach Hause. Das ist echt eine Überlegung wert. Ja. Ja, 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 ja. Machen wir das. Ich hatte lange überlegt, ob ich das mache. Eigentlich. War mir dann doch wieder unsicher. Und jetzt mach ich's doch. So, du bist schon da, Dominika. Achso, ihr kann ich's wieder nicht sagen, weil sie nicht mein Blut ist. So geht das. Ich bin gerade verhindert. Okay. Gut. Dann. Die Klugheit. Jetzt muss ich wieder hin und her schalten hier. Warte, ich brauche eigentlich fünf Leute für die Furtnächte noch. Warte mal. Harley? Wohin soll's gehen? Genau. Harley ist der Furtknecht. Ha. Ja. Muss ich mir... ...sie noch für den ersten Betrieb schnappen und ihn für den zweiten Betrieb oder so in dem Dreh. Ich kann hier gerade unmöglich weg. Oh, der ist schon Level 8. Und ich seh grad, der ist schon irgendwo angestellt. Der macht schon DP'schen. Ah. Ich kann jetzt alles aufräumen hier. Oh nein. Warte mal. Jeffrey und Audrey sind schon hier drin? Ich kann gar nicht. Vincent? Vincent, bist du einer von denen hier? Ich komm nicht mehr nicht klar, ne? Tatsache, Vincent ist der hier. Alles klar? Der Betrieb läuft schon komplett auf Dynastie-Basis. Gut. Gut zu wissen. Hier aber nicht, ne? Teresa ist hier. Die ist nur Gelehrte. Es tut mir leid, du fliegst raus. Jo. Auch wenn sie fast fertig waren mit dem Produkt, ist mir jetzt aber egal. Du fliegst auch raus. Wir stellen an. Du hast Teammitglieder. Dominika. Hey, Moment. Jetzt fehlt ja wieder einer. Wartet. Jetzt reicht's. Wir schmeißen jetzt alle raus. Alle außer Teresa. Ich kann Teresa nicht kündigen, wenn sie gerade am Pimpern ist. Okay. Dominika, warum kann ich dich jetzt nicht kündigen? Achso, weil sie bezügt hat wird, ne? Ne, sie tut irgendwas, aber was? Beschäftigt. Ja, womit denn? Achso, ja, ich weiß womit. Sie wird ja gerade gerufen zum, äh, Kindermachen. Ja, klar. Klar. Alles klar. Habe ich schon klar gesagt? Warte, lass mich. Nein, ich will da nicht mit rein. Nein. Ich will das nicht sehen. Danke. Du bist Terba, oder? Du bist Terba. So, zurück zur Klugheit. Ich schmeiß jetzt hier auch nochmal alle raus. Auch Harley. Nee, obwohl, nee, Harley kann ich drin lassen. Harley ist ja auf der linken Seite und außerdem auch, äh, schon der Fuhrklecht, der er sein soll. Audrey. Wo steht die Audrey? Hier drüben, ne? Ich bin gerade beschäftigt. Bitte schließen. Wenn ich schon auf schließen drücke, meine ich auch schließen. So, Vincent habe ich ja gesehen, weil er der auf der ganz rechten Seite fliegt jetzt raus. Anstellen möchte ich gerne Elvira. Warum kann ich die nicht anstellen? Achso, klar, weil die hier rausarbeitet. Teresa ist beschäftigt, okay. Ihr Mann Edgar ist auch beschäftigt mit ihr. Natürlich. Da muss ich kurz warten, bis die beide fertig sind. Ähm, bitte nicht. Nein, ich will das nicht sehen. Wie oft noch? Okay. Jetzt müsste ich doch aber anstellen können. Die Elvira. Genau. Dann den Edgar. Ne, Quatsch. Da geht er gerade nicht. Der ist ja, ja, stimmt. Er, er macht ja. Er ist ja schon am Arbeiten. Es tut mir leid. Amt unbesetzt. Alles klar. Habe ich mich beworben? Ich habe mich beworben. Gut. Oho. Hi. Also ich muss wirklich mal sagen, seitdem Schwierigkeitsgrad schwer, jetzt hier auf dieser Karte, macht mir das Spiel schlagartig wieder, schlagartig wieder viel, viel mehr Spaß. Einfach weil so viel gleichzeitig zu tun ist und gleichzeitig noch jederzeit auf die Fresse bekommen kann mit anlaufen ohne Vorwarnung und man gleichzeitig eitig nur seine Dynastien nach oben bringen möchte, seine Betriebe ausbauen möchte und so weiter. Also das haben sie jetzt mittlerweile echt gut gemacht, muss ich sagen. So, ähm. Zurück zur Klugheit aber noch. Bitte schließe dieses Menü. Wir spulen vor, bis Theresa fertig ist mit ihrem Mann. Jemand erwartet ein Kind. Wunderbar. Theresa und ihrem Mann Edgar war das, ne? Genau. Was ist los? Opfer eines Verbrechens. Okay. Gleich nochmal gucken nach Beweise. Anstellen. Warum geht das jetzt schon da nicht? Achso, weil er gerade wieder was anderes macht. So. Theresa. So. 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 Anstellen. Theresa. Erweiterung kaufen. Edgar. Da. So. Ja. Was für ein Krampf. Aber, jetzt habe ich schön sortiert. Die ganze linke Spalte hier. Arbeitet ihr jetzt in dem Betrieb. Moment, wer war der fünfte nochmal? Der fünfte war Audrey. Genau. Jetzt mache ich die vier Leutchens hier. Wenn es denn bei ihr geht, bei der Dominika, das weiß ich nämlich tatsächlich nicht. Warte, sie macht ein Gemälde? Dann geht's. Okay. Dann geht's auf jeden Fall. So. Erweiterung hinzukaufen. Wunderbar. Genau, Dominika ist damit schon beschäftigt. Gut. Dann brauchen wir bitte noch... Hört doch mal auf, mich immer anzuklicken. Ich kann gerade nicht. Frederik. Und... Und... Hier bin ich. Jeffrey hat schon nichts zu tun. Okay. Das heißt, er ist arbeitslos. Jeffrey soll bitte der Fudel nicht werden. Ich bin zur Stelle. Dann... Leanne. Genau. Was ist das? Frederik. Ich hoffe, das ist kein Familienmitglied von mir, was da gerade angegriffen wird im Hintergrund. Und Alfred. Und dann hat der Vincent gerade nichts zu tun. Geben wir ihn wieder in die Abendruhe rein. Ähm. Klick. 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 So. Junge, Junge, Junge. So, was für ein Kampf ist das jetzt gewesen hier? Und wo? Hier. Wenn ihr was wollt, fragt den Minister. Ein Dieb, der Liedmanns wurde... Ja. ...von einem NSC verprügelt. Wow. Okay. Euer Ansehen ist gewachsen. Danke. Hafenviertel wieder freundschaftlich. Och, schön. Was hier passiert? Meier wegen Entführung. Alles in Ordnung. Kerkerhaft. Noch bin ich Torwächter. Bin so gut wie da. Ah, nee. Sayer ist mir wichtiger. Gregory sitzt da noch bis 1472 drin. Jetzt sperren wir die Carolina noch weiter ein. Und ich bin momentan der alleinige Richter. Wow. Alles klar. Caroline Sayer. Viel Spaß und Klast. Moment, wer ist die Carolina? Von der Reihenfolge her? Ich drücke jetzt gerade auf das Falsche natürlich. Caroline. Also Anführer ist gerade noch der Thomas. Ist ja von der Amber der Mann. Amber kann ich wieder nicht anklicken. Okay. Ist natürlich schwerst verletzt, weil seine Frau gestorben ist. Verständlich. Das bleibt bestehen. Kann das sein. Ich sehe nämlich keinen Ablauf hier. Kein Timer Ablauf. Okay. Aber Caroline, wer ist das? Die hier. Ich würde das Lachen noch vergehen. Euch wird das Lachen noch vergehen. Was schon mal bedeutet, hier kommen keine weiteren Erben hinzu. Und das ist wichtig, wie ich finde. Hier ebenfalls nicht. Die wurde von Panir hier reingeheiratet, oder wie? Ne, weggeheiratet. An Panir. Interessant. Okay. Kann es sein, dass Panir versucht so ein bisschen... ...die Dynastien wegzuheiraten, mehr oder weniger? Erst bei mir, jetzt noch hier. Achso, hier drum ist ja Panir auch. Da sind die verbündet. Ne, sind sie nicht. Aber auch nicht verfeindet. Doch, warte mal. Doch, Maia. Maia? Ne, Seiya. Entschuldigung. Ach, Mann, hier. Seiya ist tatsächlich ein Mitglied. Man verbündet mit mir in der Fede und mit Maia in der Fede. Okay. Das habe ich ja auch schon mal überlegt. Ob man sagen könnte, man versucht einen friedlichen Weg zu gehen. und keinen kriegerischen Weg, indem man versucht, die Leute wegzuheiraten, noch bevor sie ein Kind bekommen. Da man ja gleichzeitig startet hier als Dynastien, kann man das durchaus eintimen. Stadtscherge Angeklagter? Was? Achso, hier habe ich doch schon ein Urteil gefällt, oder? So. So. Ansehen ist gewachsen. Wunderbar. Wie sieht es denn allgemein aus? Er sieht so aus, dass er schon dreiviertel acht ist. Ah! Leute, ich zeige doch länger ein Wart, als ich wollte. Es tut mir leid, aber ich muss, wie gesagt, in der Viertelstunde einen Stream starten. Die Leute warten dann schon auf mich. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr mehr sehen wollt, schaltet einfach in einigen Wochen wieder rein, wenn die nächsten Folgen kommen. Oder aber morgen bei Mountain Blade 2 vom 12-Stunden-Abo. Abo vom 12-Stunden-Stream 2000-Abo-Special, der dann doch um den 14-Stunden-Stream wurde. Wenn du wissen möchtest, wann kommt denn die nächste Folge von die GTA 3, weil die anderen Spiele interessieren mich nicht so, guck einfach meinen Veröffentlichungsplan, den findest du in der Kanal-Info oder unten rechts im Kanal-Banner auch verlinkt. Ist eine Art Kalender, da trage ich dir nur ein, wann welche Folgen von welchem Spiel zu sehen sind. Ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall einen schönen Abend. Mach's gut und bis bald. Ciao.